Wolf, kennst du dich mit Katzen aus? Ich habe gerade zugesehen, wie ganz viele in Stacheln gesprungen sind. Warum? Ich glaube, das wird dich nicht dazu qualifizieren. Dann spielen wir noch etwas. Wir testen noch unsere Intelligenz. Die Sache ist, wir müssen es jetzt machen, weil wenn ich das zu früh, also zu nah am 24-Stunden-Streamer nächste Woche erst mache, dann merke ich mir solche Sachen. Ich gebe dir eine Übertragung. Und zwar werden wir das schöne Spiel Test Your Knowledge spielen. Und zwar die Reihe davon. Ja, das kann ich. So, und zwar Test Your Knowledge. Ich habe sehr viel unnötiges Trivia-Wissen. Wenn Ray noch da wäre, hätten wir noch mehr unnötiges Trivia-Wissen. Aber es geht um Katzen, Orte und Hunde. Ich würde sagen, wir fangen mit Hunden an, weil Hunde sind am einfachsten. Ich würde auch im Stream mit Hunden anfangen. Einfach nur, um mir Punkte zu holen. Aber man könnte es auch einfach andersrum machen. Ich mache so, Wolf, mit was möchtest du anfangen? Test Your Knowledge. Cats, Cities oder Dogs? Ah, bei Cities bin ich am schlechtesten. Dann fang doch mit den Hunden wirklich an. Dann fange ich mit den Hunden an, okay. Ich bin auch mit den Hunden am besten. Bei den Katzen wird es schon sehr, sehr schwierig. Da bin ich eher noch bei den Städten. Echt? Ich finde Katzen deutlich besser als Städte. Okay. Gut. Ich gebe dir eine Übertragung. Oh, warum ist denn der da? Solltest du jetzt sehen? Schauen wir mal, ob ich das auch hier gecaptured kriege. Ja. Okay. Wolf, du siehst. Sekunde. Ich mache das aber ohne Sound mal. Damit verstehe ich dich nämlich besser. Du siehst. Ich sehe. Gut, dann starten wir jetzt. Englisch Cocker Spanien. Die heißen Puck. Genau, auf Englisch. Das ist halt immer Englisch. Oh, 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 oh. Poptail. Ja. Border Collie. Klar. Habe ich heute noch gestreichelt. Uh, was ist denn das? Das könnte in Englisch Mastiff sein. Ich würde auch sagen. Ja. Passt. Ein Dackel. Daxhund. Uh. Oh, das ist ein, äh. Laborator Terrier? Ja. Aber das ist ein Laborator Retriever, auf den du gedrückt hast. Nö. Oh, du hast recht. Da standen Laborator Retriever. Oh, dumm. Ähm. Fincher. Fincher, der Kleiner. Äh, seberischer Husky. Äh, uh. Was getaunt, oder? Ja. Fessert. Ähm. Dobermann. Schäferhund. Ähm. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nein. Oh, nein. Das war ein Chihuahua. Ich habe Chihuahua geklickt. Dumm. Pudel. Äh. Wo ist der? Greyhound. Okay. Neufundländer. Nee. Ein Neufundländer. Hm? Ein Beagle. Ein Beagle. Der da? Äh. Ganz links oder ganz rechts? Ja, aber welcher? Ganz rechts. Falsch. Na, schade. Dann Martina. Ein Corgi. Corgi. Äh. Englisch Bull. Nee, das könnte auch ein Hefford Shire Bull Terriac. Das könnten beide sein. Ja, nämlich Hefford. Ich glaube, Hefford. Okay. Ähm. Malamut. Jo. Äh. Der französische Bulldogger. Ja. Ja. Äh. Oh, das ist ein Bernadiner. Saint Bernard. Uh. Oh, oh. Australian Cattle. Äh. Australian Cattle Dog. Ja. Äh. Das müsste der Pointer sein. Deutscher Boxer. Deutscher Boxer. Bull Terrier. Ja. Uh. Das ist ein King Charles Spanier. Äh. Meinst du? Nee. Ah, schade. Äh. Sheltie. Pitbull. Englische Bulldogger. Pomeran. Ja, Pomeraner. Ja, genau. Das ist ein... Doesn't King Charles Spanier. Gottweiler. Das ist der Golden Red River. Ja. Australian Shepherd. Korrekt. Äh. American Shepherd Terrier. Nicht ein Boston? Könnte auch ein Boston Terrier sein. Weiß ich nicht. Boston war es nicht. Verdammt. Äh. Shiba Inu. Äh. Shibawa. Diesmal darfst du ihn drücken. Shibawa. Dokcher. Dokcher. Äh. Labrador. Labrador. Das ist der Neufundlein. Ah, das ist der, der... Das ist der Afrikan. Äh. Akita. Akita. Er ist vielleicht ein Boston Terrier? Das ist ein Boston Terrier, ja. Äh, ein Pointer. Das ist ein English Pointer, glaube ich. Oh nein, das wäre ein English Pointer, verdammt. Great Dane, das ist... Ja. Ähm. Herr Colli, ja. Äh, das ist der... Der Cavalier hier. Cavalier King Charles Spanier. Und das ist ein Maltese. Jo. Okay, das waren, äh, von 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nicht. Also 51 minus 7? 44. 44, okay. Direkt ins nächste. Katzen oder Startstätte? Ich werfe Katze. Okay, nimm mal Katze. 44, danke Bisa. Wir starten. Kriegst du sofort eine Übertragung, sobald das Spiel da ist. Oh, herrgott, das Spiel braucht gerade lang zum Laden. Warum? Okay, jetzt. Die Standard. Übertragung ist... Ja. Oh, ich kann den Sound nicht ausschalten. Okay. Sie haben? Nee. Boah. Was ist eine graue Katze? Äh... Das... Bombay? Nö. Also, Shorthair ist es nicht. Nö. Äh, Swings ist auch kurzer. Also, entweder die oder die. Ich würde es Sib... 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 Ich glaube, ich war es. Sehr schön. In den Öhrchen. Larat Norberg in Forest. Würde ich in den Norberg in Forest nehmen. Ja. Voll die Larat. Ja. Nochmal so eine graue. Boah, keine Ahnung. Limerick? Limerick? Nee. Nee. British, das müssen Bobtail sein. Weil kurzer, kurzer Schwanz. Ja. Äh... So, Abendessen gekocht. Gut, wie du sagst. Äh, Japaner? Ja. Ah, passt. Äh... Irgendwie, willst du Rags? Ja. Oh, Herrgott. Bengal? Ja, könnte sein. Nee, leider nicht. Äh... Boah, keine Ahnung. Marion Wire Coated. Okay, nein. Nein? Äh... Bormeser? Was gibt's denn zu Abendessen, Lisa? Ja, nimm ruhig. Keine Ahnung. Ist sogar wirklich der Bormese. Ähm... Bormilla, Peterbald, Manx... Bormilla? Verdammt. War noch getroffen. Äh... Das sind Nacktkassen. Die Rex hatten wir schon mal. Oder war das eine andere Rex? Verdammt. Ich nehm die da... Mist. Das sind siamesische? Ja. Die sehen alle gleich aus. Die hatten wir schon. Der war so richtig. Klar, okay. Okay, das ist ne große Kürze. Vielleicht heißt die Manx. Ägyptisch Mau. Ne, ägyptisch... Obwohl, könnte sein. Sie ist elegant aus. Könnte sein. Ja, er ist ne ägyptische Mau. Okay, ne schwarze Nibelungen? Oder Somalia? Keine Ahnung. Ich nehm die Nibelungen. Oh nein, die wolltest du nicht. Ich wollte die Nibelungen. Egal. Okay, nochmal Norwegian Forest Quest. Ja. War sie nicht? Nö, immer noch nicht. Fixie Bob. Ein Bob ist es nicht. Sacred Berman? Hab die Nibelungen genommen. Gut. Äh, Singapur? Oder Oriental? Was? Ich wäre vielleicht beim Rex, aber ich bin mir nicht sicher. Könnte auch Oriental sein. Ich nehm Oriental. Okay, was ist das? Äh. Wirecoated? Keine Bobtail. Äh. Wirecoated? Eine Rex ist es auch nicht. Kann eigentlich nur Manx oder American Wirecoated sein. Wirecoated. Apfelmus. Okay, die sieht aus wie Nibelungen. Äh. Die sieht nach Somalia aus. Somalia? Der Tawanna gesagt, aber okay. Angora. Nee. Nee? Keine Angora? Äh. Oriental ist Longhair, Schottisch, Fold, Schwerd, Masch... Nee, Fold. Franschkin? Nee. Also ein Fold war es nicht. Äh, ja. Christian Blue? Nee, Sphinx? Keine Ahnung. Sphinx? Scheiße. Das sind nur Sphinx. Okay. Rackdoll? Keine Ahnung. Die können immer noch Direktdoll sein. Ja. Die hatten wir schon. Ah, das ist eine Rackdoll. Okay. Ach du Scheiße, wie sieht die aus? Einer von den zwei... Malines oder... Malines. Ah, Mist. Das ist eine ganz typische Graue. Wir merken ein Shorthair? Ja. Perfekt. Sieht so wieder aus wie ein Siamesische. Ja, ein bisschen. Ja, mal. British Shorthair hatten wir noch nicht. Was? British Shorthair hatten wir noch nicht, aber die ist kein Shorthair, oder? War's nicht. Hier ist ein Bob. Die hat ein Bobtail, wie es aussieht. Ja. Also Pixie Bob. Pixie Bob. Mancun? Ja. Äh, boah. Keine Ahnung. Das ist irgendeine Waldkatze. Das ist eine... Keine Ahnung. Frosty Cut. Ja, passt. Ja, was ist das? Peter Bolt. Oh. Sehr gut. Lavanna? Ja. Er hat auch ein Bobtail. Muss auch immer ganz kurz sein. Ne, spricht nichts dann. Mengs? Ich wäre jetzt bei Lapperm. Äh. Ägyptik Mau? Die hatten wir schon, die sah anders aus. Dann Singapura. 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 ist eine Bengale. Abwies Sian. Die haben wir zum ersten Mal, die will ich. Mist. Ne, die hatten wir jetzt schon mal. Gibt es lange... Longhair? Ne. Romese oder Siamese ist kein. Immer noch nicht. Das ist Angora, oder? Weißer Angora-Katze. So, was haben wir hier? Oh, das ist eine American Curl. Okay. Das ist ein geplatztes Kissen. Ja, ja, das... Ja. Okay, wir haben jetzt hier... 28 steht da. Oh stimmt, 28. Visa? 28 plus 24. Plus 44. Ah, stimmt. Und das lag ja nicht die Hälfte der Sachen. Plus 44. Und wir gehen an den Cities. 72 Bisa. 72 Bisa. Also, aufschreiben. 72 Bisas. So, Cities. Warte drauf, dass das Team mitmacht. Und ich übertragen kann. So, Übertragung ist da. Ne, ist er noch nicht. Okay. Verdammt. Dann Übertragung machen. Komm. Siehst du was? Jetzt. Okay. So, Cities habe ich keine Ahnung. Hongkong. Äh, Beijing. London. Boah. Keine Ahnung. Warte mal, wir können vom Schloss her... Also, Kiew ist es nicht. Könnte Budapest sein. Oder Samara. Peskov? Peskov könnte es auch sein. Peskov? Was wollen wir? Ja, in dem Peskov, komm. Ist richtig. Rio de Janeiro. Ja, das ist klar. Äh, boah, was ist das? Lorenz? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nichts, man, der mich aus erkennen kann. Fuck. Äh, Istanbul? Istanbul? Ja. Äh. 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 Rom hätte ich gesagt. Rom? Ich weiß nicht, dass es oben steht, aber... Nee. Tokyo. Keine Ahnung. Ja, gut. Äh. Äh, Venedig. Äh, Venedig. Venice. Das ist... Seoul. Nee. Wahrscheinlich Sachi. Uh. Irgendwas Griechisches, glaube ich. Ich würde sagen, das ist Spanien und Hurgada, aber gut. Okay, dann... Nimm. Nee. Äh, Paris. Das ist der Totez-de-Rum. Und das dürfte... Keine Ahnung. Den weiß alle nicht. Novosibirsk? Nein. Okay. Das war Nummer 11. Gut. Main Menü. Exit. So. Wolf. Welches wiederholen wir? Wie? Wir müssen noch eins wiederholen. Ja, die Sache ist, ich habe... Ja, gut. Ich hätte eine halbe Stunde. Ich könnte mir mehr Zeit lassen. Jetzt haben wir nämlich noch 13 Minuten übrig. Ja, also wiederholen ist ja doof. Ich habe keine weiteren mehr für das. Dann sagen wir, ich muss... Ein... Nee, nicht ein. Es wären 8d10 jetzt aktuell. Also wenn am ehesten die Kerzen wiederholen, wenn du was wiederholen wolltest, aber wiederholen ist eigentlich... Nee, ich möchte eigentlich... Nee, dann lassen wir ohne wiederholen. Dann machen wir es... Ich habe 30 Minuten Zeit. Ich darf mir 30 Minuten Zeit lassen. Für die drei Spiele. 10d8. Okay. Weil manches hast jetzt auch du gewusst. Boah, ich hatte davor nur 4d10 in dem Ding drin. 10d8 wird halt schon heftig. Richtig haben. Okay. Aber... Wir haben noch eins in der Richtung. Oder wollen wir... Feierabend machen. Ist ja schon spät. Das Hirn will ja eh nicht mehr so viel. Weil die anderen sind... Die anderen sind noch schwieriger. Die anderen sind nicht richtig... Ja, dann eher... Eher nicht jetzt. Ja, die anderen sind richtig... Richtig knackig. Feierabend. Gumi sagt Feierabend. Naja, wir haben ja auch wieder... Drei... Vier... Vier Sachen wieder aus der Liste rausgestrichen. Vier Sachen wieder rausgestrichen. Gut. Liebe Leute. Dann bedanke ich mich beim... Lieben Wolf fürs Mitspielen. Danke fürs Hochjagen bei... Bloody Trapland. Vielen lieben Dank dafür. Und bedanke mich für meinen Zuschauern. Das war's mit Rot-Hundis Gaming Area für heute. Ich sag... Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Euer Rot-Hundi sagt... Tschau. Tschü-Tschü. Auuu. Tschü-Tschü. Ich sag... Tschü-Tschü. Die comfortablechaft. Du hast dich... Ich sag... Das ist ein bisschen... schon völlig über kabul fatoge.